So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Session von Dark Souls. Wir waren stehen geblieben beim Leiterklimmen, den Sinn des Lebens erklären, außerdem die Welt retten und die Weltherrschaft anreißen. Aber jetzt sind wir wieder beschäftigt mit einem Hauen von Sky. Ich habe doch mein Schild. Geht schon wieder gut los. Ich hatte mein Schild auf dem Team. Auf dem Team ausge... Wieso mache ich so viel Schaden? Wieso habe ich gerade 71 Schaden gemacht? Könnt ihr mir das mal? 60? Hab ich mir das verpasst oder warum mache ich... Warum mache ich plötzlich so viel Schaden? Haha, egal. Wir... Hier waren die Ratten. Achtung, pass auf. Ha! Das war gerade mein Kick, ich habe das gesehen. Okay, ja, wir haben stehen geblieben beim... 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 Leute hier hauen und wir haben noch... Au! Ich muss mich jetzt quasi für einen Gegner entscheiden, auf den ich mich... auf den ich jetzt konzentrieren will. Da gäbe es den schwarzen Ritter. Der ist ein bisschen OP. Da gäbe es den Drachen hier oben. Nice. Den könnte ich vielleicht erreichen, wenn ich Schatz Pfeil im Bogen oder so habe. Danke an Sonics. Der hat mir das geschrieben. Könnte ich aber... Habe ich sowas wie Pfeil im Bogen? Ich checke mal meine Inventar. Was habe ich eigentlich überhaupt? Was habe ich eigentlich überhaupt? Ich habe halt immer noch meine ganz normale Standard an. Ich habe... Ich habe einen Ring bekommen. Richtig... Das war alles. Ich habe keine Pfeile, nein. Ich habe gar nichts. Ich habe... Immer noch meine Standardrüstung an. Das ist doch... Wie lange spiele ich schon? Das ist doch madig. Naja, aber wir haben... Wir haben... Wir haben letztes Mal den... Wow, nice... Nice attack, honey. Das was habe ich noch nicht von dir gesehen. So ein Rückhand... Rückhand-Topspin. Vom Soldaten hier. Komm her. Ach so, der hat... Der hat immer überlebt mit... Genau, der war das. Mit den paar Schlägen. Nice, move, honey. Ah, jetzt... Jetzt mache ich doch nur 50... Wie habe ich... Wieso habe ich gerade 50 Schaden? Äh, mehr jetzt... Kick doch nicht. Hau mit einer Axt. Jetzt. Okay, entscheiden brauchen wir einfach die Gegner hier. Wahrscheinlich, weil sie einen Helm aufhören oder so. Ein paar... Ein paar mehr Hits. Ist auch kein Problem. Ja, ich... Ich brauche jetzt einen Gegner. Ja, Schwarzer Ritter. Ich könnte zurückgehen. Da war noch dieser eine Gegner, der Hevel. Ähm... Schwarzer Ritter, Drache oder Hevel? Der Schwarzer Ritter da oben gefällt mir nicht, weil ich habe kaum Platz. Mir taugt nicht, dass ich kaum Platz habe. Wir könnten Hevel probieren. Behinderterweise muss ich aber durch die ganzen Gegner da durch. Oder... Oder gibt es hier einen anderen Weg? Warte, lass mal kurz was... Lass mal kurz was probieren. Ich glaube, ich habe gerade einen Weg entdeckt. Komm, spring da runter. Komm, 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 lass die... Okay. Ähm... Ich habe... Wenn ich jetzt... Ich check nochmal kurz was ab. Ich check nochmal kurz was ab. Wenn ich jetzt zurücklaufe... Pass auf. Pass auf. Manchmal im Leben muss man nämlich kurz mal zurückdenken. Ein Stück zurückgehen und sagen, hey. Yo. Das ist echt das. Und dann... Okay. Okay, warte. Jetzt kommt gleich der Feuerding. Oder auch nicht. Komm, Drache, mach was. Hallo. Okay. Okay! Ja. Dann trifft mich halt nicht. Diesmal. Nice. Okay, jetzt renne ich hier vorbei. Pass auf. Okay, ich renne. Ich sterbe trotzdem. Äh, zu. Rennen, 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 rennen. Ich habe ein Endsviel Seelen bekommen. 1300. Wundervoll ist vorbeilaufen. Ja, ich wollte nicht vorbeilaufen. Jetzt, pass auf. Ich kann doch jetzt einfach hier zurücklaufen und dann bin ich bei hey, oder? Achso, nee. Falsche Tür. Äh, hoch. Hoch, okay. Yo, sure. Hier rüber. Hier haben wir den Taurus besiegt. Und dann bin ich doch schon da. Geschafft. Ah, jo. Wir waren nur zwei, hier zwei Skelette. Die schießen mich gleich mit einem Bogen ab. Sollten mich aber nicht treffen, wenn ich hier so die heftigen Jukes mache. Schon mal, ja. Hier, los. Der Fall fliegt halt einfach viel zu langsam. Ha, ha. Okay. Ein P. Hier, ich bin im Turm, wo Hebel drin ist. Ist auch ein bisschen Laufweg. Aber ich habe halt keine Gegner zu hauen. Das finde ich geil. Hier. Versuchen wir mal den Gegner hier. Einmal nur, einmal nur kurz. Um nochmal kurz daran zu erinnern, dass ich sacke. Aber sonst. Schwäche Blitz. Ich habe einen Blitz zaubert. Oh, hi. Wo kommst du? Die folgen mir aber auch den ganzen Weg irgendwo. Jetzt machen wir wieder mehr Schaden. Okay, die sind wahrscheinlich low. Also, wir haben, wir haben mal was aufgesammelt. Status, Optionen, Gegenstände. Ich weiß halt nicht, wo, wo ist denn sowas wie... Äh. Wo ist denn sowas wie... Zauberei. Was ist das? Papier. Okay. Lauter Waffen. Aha. Feiner Bogen habe ich nichts. Lauter Rüstung. Aha. Ja. Ähm. Zauberei. Was ist das? Ausrüstung. Wo ist denn ein Zauber? Hier? Ne. Das sind... Vielleicht ist es ja ein Gegenstand. Vielleicht ist es hier drin. Ähm. Ich habe... Hier. Als Waffe. Braucht man dann Talisman? Und dann benutzt man den als... Was ist das? Das ist... Ach so, das ist... Gibt mir... Wie kann man es angucken? Hier, Anzeige umschalten. Ah, ja. Es gibt mir Magie dazu. Jetzt kann ich statt ein Schild benutzen. Oder habe ich so ein Talisman in der Hand und habe Magie mehr. Okay. Blitz habe ich da nämlich 45. Ich habe einen Blitzzauber aufgesammelt oder nicht? Oder habe ich das nur... Ich habe einen Blitzzauber aufgesammelt. Nevermind. Wir hauen den auch einfach so. Wir hauen den jetzt einfach so. Viel Erfolg. Danke. Achtung vor dir, Lügner. Viel Erfolg. War das gelogen? Ich war nicht gelogen. Komm herauf. Es war ein netter, sehr netter Mann. Der hat gesagt... Hey, du. Viel Erfolg. Habe ich gesagt. Yo. Dann kommt der andere und sagt... Du hast gelogen. Sag ich nein. Ich habe nicht... Hallo. Ach so. Nice moves. Okay. Let's see this. All right. Du suckst. Okay. Okay. Nicht lacken PC. Wir machen das jetzt. So. Ich weiche mal einfach geschickt aus. Und schaue mir mal so an, was er so macht. Er macht nicht viel. Ich mache 16 überragende Schaden. Ich suck im Ausweichen. Okay. Okay. Ich komme mal... Ich versuche mal nahe zu ihm hinzugehen. Zu ihm hinzugehen. Und dann schauen wir das mal an. Komm her jetzt. Ich habe doch keinen Schaden. Weißt du, ich komme nicht an den Gegner hin. Okay. Jetzt. Der bewegt sich ziemlich behindert. So. Jetzt bin ich an ihn dran. Achtung. Backstab. Das hat funktioniert. 48. Bin zu gut. Geh noch den Gegner. Okay. 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 Beruhigen. I got this. I got this. Das war Lob. Ich gehe an ihn hin. Das war der Trick. Ich gehe an ihn hin. Er trifft... Fuck! Instant down! Ich bin down!